Geht los! Geht los! Drei, zwei, eins... Entschuldigung. Zehn! Dir wächst was auf dem Kopf. Drei, zwei, eins... Hi! Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Roast Yourself. Endlich! Yo, was ist ein Roast Yourself? Yo! Wir gucken immer noch mal. Hallo und... Ja, ich würde auch gerne nur sagen. Guck mal, wie sie hümpeln kann. Wie sieht aus, hätte sie keinen Körper. Sie sieht aus, als würde sie aus deiner Schulter wachsen. Ich würde gerade sehr gerne filmen, wie du dir die Hände über der Kopf zusammenstehst. Nein! Kamera läuft! Oh! Aber guck mal, wenn ich jetzt zumach... Yay! Dann hatte ich schon fast wieder so'n Roggelding. Irgendwas, was aussieht wie ein Kotze. Bäh! Noch mal! Wir haben einen Take und dann fahren wir ins Krankenhaus. Bäh! Knall! Saus, komm mal hier! Küs very hard! juicy! Kameraaler! Whew! Was? Wer hat einfach nicht drauf! Neee! Bäh! 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 Soll ich an dir orientiert bist, zack. Hallo! Gut? 3, 2, 1... Hi! Hallo und willkommen zu unserem... Hau! Hau nochmal! Video gegen sich selbst. Weil... Kommen wir mal jetzt nochmal. So, machen wir heute Kamerafarb hin. Weiß schnell, am besten zu der Kiwi, weil die hat so kleine Hände. Weiß! Roast Yourself! Tschüss!